Romulus der Große ist eine Komödie von Friedrich Dürrenmatt, die 1949 Uhr aufgeführt wurde. Sie spielt vom Morgen des 15. bis zum Morgen des 16. März 476 in der Villa des Kaisers Romulus in Kampagnen. Inhalt Das Drama kreist um den Untergang des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert nach Christus, wobei sich Dürrenmatt allerdings einen sehr freien Umgang mit den historischen Realitäten erlaubt. Bei ihm erfolgt der Niedergang Westrums mit aktiver Unterstützung des letzten weströmischen Kaisers Romulus, er das römische Reich und die eigene Kultur für ihre blutige Vergangenheit verachtet und den Einmarsch der Germanen durch deren Heerführer Odoaker herbeisehnt, da dieser das Ende des grausamen Imperiums bedeuten würde. Er lebt auf seinem Landsitz, züchtet zufrieden Hühner und trinkt Spargelwein, deren seine Frau Julia, der gefloene Kaiser von Ostrum, Zeno, und sein designierter Schwiegersohn, der General Emelian, sowie die letzten verbliebenen Minister ihn anflehen, dem Einmarsch der Germanen Einhalt zu gebieten. Julia, als eine geborene Aristokratin, will aus Ehrgeiz und Stolz ihre Position nicht aufgeben, die ihr nur durch das Bestehen des Imperiums gesichert werden kann. Emelian, einst ein gebildeter römischer Patriot, ist, grausam geschändet, aus germanischer Gefangenschaft zurückgekehrt und hat nun nur noch das Fortbestehen des Imperiums, an dessen Ideal er sich klammert, und die Vernichtung der verhassten Barbaren im Sinn. Zeno ist trotz seiner Würde ein ängstlicher Schwächling, der aus Konstantinopel geflüchtet ist und nun von seinen Kammerherren dominiert wird, er versteckt seine Schwäche unter einem Mantel hochtrabender Phrasen. Romulus' Tochter, und Emelians Geliebte, Rea will den Hosenfabrikanten Cäsar Rupf anstelle von Emelian heiraten, um das Reich zu retten, doch Romulus lehnt ab, der findet, die Liebe zu einem Menschen ist wichtiger als die zum Vaterland. Mers und Tullius Rotundus, die Minister, wollen schlicht ihre Position behalten. Doch all ihre Versuche, Romulus umzustimmen, scheitern, und selbst eine als Attentat begonnene Revolte gegen den untätigen Kaiser schlägt fehl, sie fliehen, als die Germanen kommen, und sterben, mit Ausnahme Zenos, sämtlich während einer Flassfahrt nach Sizilien, von wo sie eigentlich den Widerstand fortführen wollten. Als aber die Germanen schließlich auf Romulus' Landsitz ankommen, muss diese einsehen, dass er falsch gelegen hat, sein Gegenüber Odoaker ist ein kriegsmüder Herrscher wie er, der nur von seinem gewalttätigen Volk und seinem blutdürstigen Neffen Theodorich zum Eroberungszug gezwungen wurde und sich eigentlich nach den, vermeintlichen, Segnungen der römischen Zivilisation sehnt. Romulus' Plan zur Vernichtung des Imperiums scheitert, er wird in Pension geschickt. Historischer Hintergrund Dürrenmatt nimmt sich bei seiner tragikomischen Bearbeitung viele dichterische Freiheiten, in Wirklichkeit war der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustus nur eine Marionette seines Vaters, des Feldherrn Ostes, der 475 den Kaiser Julius Nepos gestürzt hatte und an dessen Stelle seinen 15-jährigen Sohn auf den Thron setzte, da er sich selbst nicht den Vorschriften und Zwängen des Kaisertums unterwerfen wollte. Von den politischen Gegnern wurde der junge Kaiser als Romulus Augustulus, das Kaiserlein, verhöhnt. Er herrschte keineswegs viele Jahre, bereits 476 wurde Ostes von seinem Rivalen Odoaker gestürzt und getötet, und Romulus wurde abgesetzt, aber wegen seiner Jugend geschont. Odoaker war auch nicht der Onkel Theodorichs, ja nicht einmal mit ihm verwandt. Zeno war 475-76 ein Jahr lang tatsächlich von seinem Rivalen Basiliskus vom Thron verdrängt worden, hielt sich aber während dieser Zeit nicht in Italien auf und befand sich zum Zeitpunkt der Absetzung des Romulus bereits wieder an der Macht.